Viele Fans dazugewonnen, die deutschen vier. Das war eine Sensation, die vier, die im letzten Jahr Gold gewonnen haben. Diesmal wieder und die Französinnen. Seit vielen Jahren, seit 2008, nicht mehr wegzudenken von Siegerpodesten, von Siegerehrungen, wenn Staffeln aufgerufen werden. Die vier waren heute sehr, sehr gut. Eine würdige Silberstaffel. Marie-Laure Brunet, Sophie Boyer, Anaïs Bescon und hier hinten Marie-Dorin Haber. Sehr, sehr starker Kampf der Französinnen und dieser Silberplatz, der war erwartet worden. Und die Deutschen haben alles richtig gemacht. Im Laufe der Saison. Einmal sechste, einmal vierte und nochmal sechste. Und heute ganz oben und auf Rang drei verwiesen dabei, Norwegen. Fanny Welles-Drandhorn, Elise Ringen, Südl de Sollendal und die wieder mal unglaubliche Schlussläuferin Thura Berger. Vielen Dank.